Ein herzliches Hallo aus dem Bundestag. Ich stehe mit Katja Suding, sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Wir stellen euch heute das nächste Kapitel aus dem Antrag A300 Freiheit durch Emanzipation vor und heute soll es um körperliche Selbstbestimmung gehen und du hast dich ja sehr eingesetzt für das Thema 219a Abschaffen. Was hast du da genau gefordert? Kannst du das nochmal erklären in einfachen Worten? Ja, in § 219a geht es ja um das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, aber da geht es ja gar nicht allein um Werbung, schon alleine die Information darüber, dass ein Arzt oder eine Ärztin Abbrüche anbietet und welchen Methoden er da sie anwendet, steht schon unter Strafe. Und die Diskussion im Bundestag ging hin und her und eigentlich gab es doch eine Mehrheit, diesen wirklich Uraltparagrafen abzuschaffen. Was ist da jetzt rausgekommen? Wir wollten den abschaffen, hatten auch zunächst eine parlamentarische Mehrheit mit der SPD, mit uns, mit der FDP, mit den Grünen und Linken. Dann hat die SPD aber sich entschieden, auf Druck ihres zukünftigen Koalitionspartners der Union ihren Antrag zurückzuziehen. So und jetzt wurde dann im letzten Februar, also vor zwei Monaten, ein ganz wachsweicher Kompromiss verabschiedet mit den Stimmen der Großen Koalition. Und das bedeutet immer noch, dass die Frauen gegängelt werden, dass wenn es großes Misstrauen gegenüber den Ärzten gibt, die dürfen immer noch nicht frei informieren. Frauen werden für so naiv gehalten, dass alleine die Information über einen Abbruch sie dazu verleitet, einen solchen vorzunehmen. Also sehr, sehr schade und deswegen halten wir weiter daran fest, dass der Paragraf 219a weg muss. Ja, für eine echte Wahlentscheidung und Wahlfreiheit muss es gute und neutrale Informationen geben und da habt ihr sicherlich noch einen weiten Weg dann vor euch. Es ist noch ein weiter Weg, aber es lohnt sich, ihn zu gehen und deswegen machen wir das. Bis demnächst!